Danke, Männer. Wenn ich die beiden zum ersten Mal gesehen habe, tut mir Angst, Männer ohne Gesicht. Aber ein Vorteil, es ist ein blaues Gesicht. Also ein Mann ohne Gesicht, aber wenn das ein blaues Gesicht und ein königsblaues Gesicht, dann geht das noch einigermaßen. Und das Zweite ist, die machen alles für, wie die sagen, Charity. Charity ist Englisch für einen guten Zweck. Und die sammeln Geld ein. Und ich habe auch ein Twente-Trikot als FC Twente, sehr guter Verein in Holland. Und ich gucke mal noch zu Hause, ob ich vielleicht auch noch ein Schalke-Trikot habe, das sie dann versteigen können und so. Nur wenn es, ja, es muss ein bisschen Geld einbringen. Und dann, ich hoffe, es hilft euch, meine Männer ohne Gesicht. Und ich wünsche euch viel Erfolg mit seiner Sammlung von Geld. Und ich werde mein Pännchen mit viel Stolz tragen. Blue Charity. Yellow Charity. and thank you guys.